Möhrer und einem im Endeffekt St ja, komm mal raus hier, setz mal zurück ich hab schon zurückgesetzt Dann können wir ja mal die Reste in die machen Ja, hast du wohl vergessen, ne? Hahahaha, hast du wohl vergessen Ich muss ja nicht alles wissen Ich auch nicht Sagst du auch sonst mal, du weißt alles ich wollte dich gerade darauf hinweisen aber schön dass du das auch noch das ist doch selber merkt man wo ist mein pet verschwindet immer wenn ich die instanzen zurücksetzen du willst ja nicht reingehen du hast auch nicht rein das auto ist so krass sammlungen so große endlich kleine sumpfest hier ist einfach das coolste haustier überhaupt gott ich hatte diesen scheiß mit dem pokut hier echt gut zu kotzen ja du hättest du auch nicht mit deinem jäger machen müssen aber du hast dich ja dazu entschlossen jährlich total nervig ich werde schnell getroffen und du weißt schon hasel aura achso ich merke das nicht weil ich die verfehle mich verständlich das kriegt keinen schaden jetzt ja auch mal sagen können du habe ich doch gerade die ja zumindest habe ich auch mitbekommen schön ich bin auch voll fit nur ich bin total fit genau reden nachher drei stunden das ist cool deswegen habe ich daher schon die ganze zeit darauf habe ich gar nicht gesehen ja das ist ganz kalte umarmung guck mir das aus sieht wahnsinnig schick aus kann ich mal wieder tragen noch passt das irgendwie zu dem rest meiner rüstung naja ja was ist das so warte draußen ich muss ja genau ist richtig das ist die beste idee oh man das ist doch warum hast du denn wirklich draußen ich behalte wenn du da so mega schnell rein rennst mit deiner kack aura da hättest ja wohl mal mit rechnen können ich habe nicht draußen gewartet du penner das habe ich gar nicht gesagt ich habe das gar nicht gesagt wirklich ja so ein luder warte mal sie habe ich toller tabak den muss ich mir noch holen das ist natürlich klar dass er da kommen die post boten typen aber denke ich mal das ist es nämlich das ist es nämlich der kommt nämlich nur wenn man die kräfte wenn man die kräfte auch hier ne musst du gar nicht da kommen keine mobs auch doch n n n n ja schön gut ja habe ich gerne mal gemacht ne oh man ja ich bin auch ich muss auch ganz ehrlich sagen ne also ich bin ja selbst für meine Verhältnisse komplett durch bitte? komplett durch meinst du? ja relativ gut durch relativ komplett durch was ausweichen? ich habe kein Ziel kidding me? so jetzt kommt der Unverzieher ne ja dann stehe ich um die Ecke also zack so den brauchte ich auch nur töten da musste ich nichts looten den musstest du töten ja dann ist der auch gut rum ja das habe ich finde auch äh ja da hinten sind zwar noch mobs aber das ist kein boss oder so mehr ne ja da kann man ja trotzdem mitnehmen sollst du auch aufsteigen kann man ja trotzdem mitnehmen darum geht es ja auch hier ja da geht es ja hier darum experiment experiment äh wie sie es noch erwähnt als wäre ich so blöd und hätten wir noch nie in die Sendung gewesen also ich möchte ja jetzt nicht dich eigentlich wollte ich dich hier eigentlich wollte ich es nicht tun dich darauf hinzuweisen dass dir erstmal gar nicht aufgefallen ist dass wir die Hälfte der Instanz gar nicht gemacht haben so hier ist ein Rahmob hier ich habe hier noch so ein paar Postboten dann komm her oh du holst ja jeden Dreck wo ist hier ein Rahmob ah wo ist hier ein Rahmob der liegt da solchen Ghoul oh mein Gott wie ist der der lag doch eben grad hier da hast du auch wieder die Piccolo Flöte bekommen von dem Vogel ach so das ist das kommt nur von dem mhm so ok ja das wusste ich nicht ich hab denn die sehen alle gleich aus die Modelle hier nein das war auch ein Mensch eigentlich ach so ja hier sind wir schon wieder durch wahrscheinlich ne weiß ich auch nicht ich finde die nicht ich sehe hier nur tote Postbot und so wo bist du ja ich bin jetzt durch und eigentlich da hinten schon wieder yo yo mofucker man und jetzt gehe ich auf dem linken Seite dem linken Seite dem linken Seite dem linken Seite und mach doch klar ok so ich bin gut ihr seid doch alles afd es ist so schön ich ähm warte es noch mal kurz ach so mach ich ja glaub es ist ja wirklich äh liebensgewürzig von dir außerordentlich liebensgewürzig hm 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 ach so wenn ich warten würde ich dachte jetzt kommt noch was anderes nein wird halt gerustet 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 geisterhafter Bürger mach ich klar für dich kein Ding das ist so fein wieder zwei ich sollte auch sagen sogar ich die uhren hätte selbst ich ja jetzt hauen wir nicht auf die kacke ja die mit der grausame oh die passen zu dir das sind die unterarmschienen des sadisten ach so wegen unterarmschienen ja ganz genau wegen unterarmschienen mach mal ok hier ich habe den Ton gar nicht an aber ja ich sage ja am besten finde ich immer noch Blutelfen die sterben die machen dann noch so eine dramatische Geste mit dem Arm so nach oben ach so ja das mache ja die die äh nacht 11 auf die knie und so und dann nehmen sie in die beide Hände so warum so ja muss das sein ja das muss sein weil du dann manchmal da stehst und machst Pause das geht so nicht wir haben einen streng Zeitplan ey sonst meckerst du äh weite bitte auf mich äh und dann wie so äh ja kommst du hier auf den Knick hier also manchmal ne manchmal ne das manchmal muss ich immer sagen hier muss ich aber echt auch mal sagen echt äh fällt mir nicht zu einem ne das war knapp so irgendwo hier unten ist noch so ein Bild das muss ich einsammeln achja ich mach dann schon mal alles alleine hier ja das musst du doch die ganze Zeit ähm ja irgendwie ist das in so einer Kammer weg doch mal hä ne das muss hier schon geschlossen sein ah warte mal hä auferstandener Hammerschmitt getötet ach so du musst noch mal ganz kurz einmal mit hierher kommen bitte warte ich mach jetzt erst den fertig hier verdammte verdammte Axt warst du hier früher mal drin früher konnte man durch die Wand schießen hier kannst du dich noch erinnern hm ne ernsthaft jetzt ja das ist schön wo bist du eigentlich guck doch auf die verkackte Karte ist Ja kannst du bitte mal her kommen ich bin gleich tot Mann warum machst du das auch echt jetzt weil eigentlich sollte man dich sterben lassen weil du auch so nei ich erzähl dir hier was interessantes und so ne ha interessant so und dann könnt ihr früher wirklich die Wand kaputt schießen also die gegenüberliegende ach so okay da steht eigentlich auch die Kanone also da waren einige Löcher drin oder was warte mal hier nimm mal so eine Kanonkugel ich nehme mal eine also früher gegen das ich hab schon so eine wo kann man nicht mehr aber man kann schießen Prozent und die uns in die Schüttel aber auch schon vor und von der Radar Felser Stadt Felser Ehe ich bin an mir geht es leider auch da sind ja noch welche die Sieben und um überhauen wollen können können wir das spieler Bus eigentlich vollatmosphärisch gemacht so richtig schön mittelalterlich ja das ist so ein bisschen scharlachrotes kloster-like das sind ja auch alles die scharlachen du bist so schlau gut dass du mir das sagst ja ich weiß es ohne meine hilfe dass du das wahrscheinlich auch nicht auch kannst bitte deine augen machen was wird die augen was bitte die augen ausmacht mit die augen aus dass normalerweise ich meine das ist doch in normalen instanzen ich meine ich hab mein main ist auch ein jäger kannst du mal bitte nicht alles irgendwie hier ich meine ist jetzt nicht so als ob ich das nicht kennen würde aber die können ihr gerne mal auch so viel gold fallen lassen wie im schaden kloster ach du ich hab hier akku ich hab ich hab nicht gemacht ich bin nicht schuld ehrlich bohr echt herrn zu spüren um falsche kammer auch mal hier irgendwo gibt es das bild kann hier beim inspektor das ist Prozent da hinten bitte unvollendetes gemälde gemälde jetzt wieder gemälde wird so guck den boss nochmal an der sie cool aus aber hat nichts drauf guckst du hab ich ich darf ne ach man so Prozent an aber auch wenn wir müssen eben auch die mani durch bieten ja jetzt wird egal 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 gar an der jörg holen so o.o. da kommt es geht das ergeraft so in die und ihr weg der und das war komplett fertig hier schöne sache ich kann ja noch ein paar kreis abgeben wenn ich das mache bin ich bestimmt noch mal ab genau ich mache schon mal feierabend hier Jo!